Ein 16-jähriger Jugendlicher verursachte in Kirchbichel, Tirol, einen schweren Umfall mit einem gestohlenen Fahrzeug. Der stark alkoholisierte Teenager entwendete das Auto auf dem Parkplatz eines Restaurants in Hopfgarten, nachdem er dort den hinterlegten Schlüssel findet. Mit einem gleichaltrigen Freund als Beifahrer fährt er mit hoher Geschwindigkeit Richtung Wörgl. Beim Erblicken einer Polizeistrafe versucht der Jugendliche der Kontrolle zu entgehen und biegt auf der Loferer Straße nach Söll ab. In einer langgezogenen Linkskurve verliert er bei etwa 140 kmh die Kontrolle über das Fahrzeug, rast in ein Feld und prallt anschließend gegen eine Straßenlaterne und einen Baum und rahmt schließlich zwei geparkte Fahrzeuge vor einem Wohnhaus. Die Wucht des Aufpralls ist enorm, die Batterie des Autos wird durch die Luft geschleudert und landet durch ein Fenster im Erdgeschoss des nahegelegenen Hauses. Eine 36-jährige Anwohnerin, die sich vor Ort aufhält, bleibt glücklicherweise unverletzt. Die beiden Jugendlichen befreien sich selbst aus dem Wrack und werden nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der 16-jährige Fahrer muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen, darunter gefährliche Körperverletzung und Diebstahl.